Und für alle anderen natürlich auch, die uns noch zuschauen. Und vielleicht kann man noch mal sagen, nichts Nutz hören wir gleich von Judith Holofernes. Und das fängt an, ich gucke hier mal aufs Textbuch. Ich mache heute nichts, nichts, nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Motto für Ihren Montag- und Wochenstart ist. Hier ist das jetzt das Motto zum Ende unserer Sendung. Wir sind froh, dass Sie da sind. Ein schönes Motto zum Gruppen. Genau, Judith Holofernes. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie mögen, bis morgen. Tschüss. Ich mache heute nichts, 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 was etwas nutzt, nutzt, nutzt. Ich mache heute nichts, was etwas nutzt, wobei man schwitzt oder lang sitzt. Ich bin nichts, 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 nutzt, nutzt, nutzt. Ich mache heute nichts, was etwas nutzt, was unterstützt oder was putzt. Ich gehe spazieren auf allen Vieren. Ich spreche mit Tieren, die nichts kapieren. Die alles können und die versorgen auf Wiesen pennen. Und die versorgen auf Wiesen rennen. Und die sich sorgen und die nichts, nichts, nichts beim Namen nennen. Und ich gründe eine müßig Gang und unser Gruß geht dring, ding, ding. Nichts, nichts, nichts. Ich mache heute nichts, nichts, nichts. Ich mache heute nichts, was etwas nutzt, wobei man schwitzt oder lang sitzt. Ich bin nichts, 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 nutzt, nutzt, nutzt. Ich mache heute nichts, was etwas nutzt, was unterstützt oder was putzt, macht keiner mit. Und dann gehe ich nach Haus und ziehe mir alle Kleider aus. Lass niemand rein und gehe nicht raus. Ich strebe nichts an und sterbe nicht aus. Ich rufe, ey, strebe raus. Auf die Straße hinaus. Und dann, in diesem Sinn, lege ich mich wieder hin. Und träume von unserer müßig Gang und unser Gruß geht dring, ding, ding. Nichts, nichts, nichts. Ich mache heute nichts, nichts, nichts. Ich mache heute nichts, was etwas nutzt, wobei man schwitzt oder lang sitzt. Ich bin nichts, 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 nutzt, nutzt, nutzt. Ich mache heute nichts, was etwas nutzt, was unterstützt oder was putzt. Ich mache heute nichts, was etwas nutzt, wobei man schwitzt oder lang sitzt. Ich bin nichts, nichts, nichts.